Yo Leute, ich bin nur hier um euch zu erzählen, dass ich einen neuen Cartoon draußen hab, One on One Animated und wie der Name schon sagt, ist er nicht hier bei mir, sondern drüben bei den Jungs vom One on One Kanal zu finden. Also klickt einfach auf das Video hier und ihr gelangt dorthin. Und wenn ihr bereits vom One on One Kanal kommt, was sehr wahrscheinlich ist, dann guckt es euch doch einfach nochmal an. Ich hoffe euch gefällt das Video, vielen Dank für euer Interesse, euer Jonas. Ciao.